Ho, 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 meine lieben Freunde und willkommen zu diesem Video. Ja, Steffi wollte unbedingt, dass ich dieses Rentier-Ding hier aufsetze und sie die Wutze. Wisst ihr, Leute, es gibt warte Sachen, die macht man aus Liebe. Und das ist so eine Nummer, die mache ich aus Liebe. Ja. Und nicht, weil ich sie möchte. Oha, ganz im Ernst, also was soll ich das jetzt sagen? Ich tue das für euch, damit ihr auch ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung kommt. Denn bald ist Weihnachten, Freunde. Habt ihr es noch nicht mitbekommen? Weihnachten steht vor der Tür. Ja, schreibt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, ob ihr still in der Weihnachtsstimmung seid. Sie ist jetzt ja ein Grinch. Nein, bin ich nicht. Ich liebe Weihnachten, aber... Diese Mütze irritiert mich einfach. Na gut, wir hoffen natürlich wie immer, dass ihr Spaß beim Zuschauen habt. Und schreibt uns auf jeden Fall gerne weitere Vorschläge für einen weiteren Teil in die Kommentare. Das wäre toll und abonniert uns gerne kostenlos. Und auf Instagram und auf TikTok. Dankeschön. Ja, irgendwie habe ich jetzt wirklich auch was getrunken, aber es ist... Ja, ich habe mich auch gerade irgendwie so. Also, jetzt wünschen wir euch einfach ganz viel Spaß bei diesem Video. Erfahren. Arten von WhatsApp-Usern Der Stalker Ich verstehe diese Leute nicht, die die blauen Haken bei WhatsApp aushaben. Wie soll man denn da vernünftig stalken? Aha, so, so. Schon wieder ein neues Profilbild. Das ist jetzt schon das vierte Mal diesen Monat. Fragt sich nur, für wen er das dann dauernd ändert. Für mich anscheinend nicht mehr. Oder vielleicht doch. Vielleicht ändert es ja doch für mich. Nein, wahrscheinlich nicht. Dann wollen wir doch mal gucken. Zuletzt online um 2.37 Uhr. Was? So spät? Bestimmt hat er mit irgendeinem Mädchen geschrieben. Ich glaube es einfach nicht. Deswegen sah er wahrscheinlich auch so müde aus, als ich ihn neulich gesehen habe. Weil er immer so lange mit irgendwen chittet. Ja, ich bin ihm auf die Schläche gekommen. Mann ey. Ach so. Und neuen Status hat er auch gleich. Einen lachenden Smiley. I'm so happy. Mimimimimi. Mann ey, ich bin echt so ein Stalker. Der, der ewig lange Romane schreibt. So, dann schreibe ich Amanda mal eine Nachricht. Oh, ja. Fangen wir gleich erstmal mit der Einleitung an. Hallo Amanda. Na, wie geht's dir? Wie läuft dein Tag bisher? Hast du gut geschlafen? Na gut, dann gehen wir jetzt mal zum Hauptteil über. Nachdem ich dir neulich erzählt habe, dass meine geliebte Zimmerpflanze von Läusen befallen ist, hast du mich ja auf dieses eine YouTube-Video hingewiesen. Daraufhin habe ich es mir gleich angeschaut. Und schwupps, bin ich auch schon in den Baumarkt gegangen. Das hat 39 Euro gekostet. Was erstaunlich viel war. Ich habe die Pflanzen auf jeden Fall mit diesem Mittel eingesprüht. Und sie haben alle ihre Blätter verloren und stinken jetzt nach Ei. So, und jetzt noch ein Fazit. Schlussendlich möchte ich dir damit auch nur sagen, dass ich dir das Mittel nicht empfehlen kann. Da die Pflanzen davon wahrscheinlich einigen haben. Ich wäre nicht nur schade, sondern würde wahrscheinlich auch ins Geld gehen. Ich hoffe, mein Hinweis hat dir geholfen. Liebe Grüße, deine Steffi. Senden. Uh, ist die lang geworden. Der, der 17 kurze Sprachnotizen schickt. Hallöchen! Na du? Hört schon was vor? War es was? Hä, warte, was wollte ich denn nochmal sagen? Also, ich war ja gestern auf der Party, ne? Erstmal, wieso warst du überhaupt nicht da? Also, gestern waren Marie und ich auf der Party und es ging so ab, Alter. Ich erzähl's dir, okay? Mach dich bereit! Ey, ganz kurze Zwischeninfo. Dein Ex war übrigens auch da, ne? Aber ich hab ihn ignoriert. Das fand er übrigens nicht so geil, aber scheiß drauf! Na ja, also, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Lisa war mit Marc da. Ja, mit Marc. Ach so, warte, was mir ganz kurz einfällt. Ähm, bist du eigentlich nächste Woche auch dabei? Okay, egal. Also, ich fange jetzt an mit der Story. Oh. Oh, es hat gerade geklingelt. Ich glaube, das ist mein Paket. Ich bin nicht wieder da. Tschüss! Der Emoji-Verwender So, dann melde ich mich jetzt mal bei dir wegen unserem Treffen. Hi, winkender Smiley. Na, wie geht's dir heute an diesem sonnigen Tag? Sonniger Smiley. Wie passend. Also, ich hab heute richtig gut geschlafen. Schlafender Smiley. Wollte fragen, ob unser Treffen heute noch steht. Was könnte da für ein Smiley passen? Vielleicht zwei Personen, die nebeneinander sind. Der hier sieht aus wie sie und der hier sieht aus wie ich. Schön. Von meiner Seite aus steht auf jeden Fall alles. Daumen nach oben, Smiley. Da das Wetter so gut ist, dachte ich vielleicht an einen Spaziergang. Laufender Smiley. Vielleicht im Wald. Baum, Smiley. Noch ein Baum und noch ein Blatt. Ja. Und abends treffen wir uns ja dann auch mit Nathalie. Oder? Schultern hochziehen, der Smiley. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Explodierendes Feuerwerk. Davon mache ich gleich ein paar mehr. Also, bis später. Peter. Lachen der Smiley. Herz. Kuss Smiley. Senden. Schön. So bunt. Der, der anstatt zu antworten auf Anrufen klickt. Ach, toll. Eine Nachricht von Max. Mensch. Da rufe ich doch gleich mal zurück. Ist viel besser als immer dieses blöde Rumgetippel. Komisch. Geht denn da niemand dran? Der hat doch vor einer Minute geschrieben. Merkwürdig. Ach, das fragt denn Petra jetzt schon wieder. Nee, das dauert mir jetzt wirklich zu lange. Ich glaube, ich rufe lieber an. Vor ich mir das erklärt habe, wie das funktioniert, ist Weihnachten. Das geht's doch nicht. Komisch. Einfach niemand dran. Na ja, wird wohl beschäftigt sein. Oh, Leo hat auch geschrieben. Wollen wir morgen chillen? Da gibt es direkt gleich mal einen Call. Oh Mann, warum geht die denn nicht ran? Ich sehe doch, dass du online bist. Nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Da rufe ich gleich direkt nochmal an. Aber diesmal mit einem Videocall. Da hat sie bestimmt Bock drauf. Der, der nie antwortet. Oh, Lea hat geschrieben. Egal, antworte ich später. Oh, Max hat geschrieben. Egal, antworte ich gleich. Hä, was wollen die denn alle die ganze Zeit? Mhm, mhm. Ja, egal, antworte ich gleich. Ich markiere es am besten einfach als ungelesen. Dann werde ich es sicherlich nicht vergessen. Oh, Henry hat geschrieben. Ja, egal, antworte ich später. Moment mal. Warum habe ich eigentlich 64 ungeöffnete Chats? Habe ich die einfach alle nicht beantwortet? Das ist jetzt unangenehm. Ja. Okay, ich mache mich direkt ans Werk. Hi, sorry. Ich war beschäftigt, deswegen kann ich dir jetzt erst antworten. Ja, sechs Monate lang beschäftigt. Ich glaube es auch. Der, der ewig lange Sprachnotizen verschickt. Hallihallo, ich bin's. Ich wollte mich ja nochmal bei dir melden und da dachte ich mir, bevor ich mich jetzt dumm und dämlich tippe, schicke ich dir doch glatt eine Memo. Wo fange ich an? Ja, am Samstag habe ich mich tierisch mit Jerome gestritten, weil er wieder meinen Boy-Pyjama zusammen mit dem ganzen Synthetekram gewaschen hat. Kannst du dir das vorstellen? Da habe ich erst noch kurz drüber nachgedacht, ob ich Schluss mache. Naja. Die Uni läuft auf jeden Fall gerade auch nicht so gut. Der Stoff ist irgendwie mega schwierig. Ich komme irgendwie voll schlecht mit und irgendwie fange ich mich jede Vorlesung aus. Naja, ist es das, was ich wirklich machen will? Ich werde ich diesen Stoff jemals wieder brauchen und was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Fragen über Fragen. Also, meine Mandeln sind auf jeden Fall auch seit zwei Tagen geschwollen. Das ist bestimmt der ganze Stress. Hm, und was gibt es sonst noch so zu erzählen? Ach ja, da fällt mir ein, ich habe überlegt mir einen Goldfisch zu kaufen. Ich habe gelesen, die sollen extrem beruhigend wirken. Naja, das war auch eigentlich alles, was ich dir erzählen wollte. Oh mein Gott, ich rede ja schon wieder seit acht Minuten. Ähm, ja, das tut mir jetzt leid. Da hatte ich anscheinend eine Menge zu erzählen. Ja, ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Äh, tschüss. Ups. Der, der WhatsApp wie Instagram nutzt. So, dann wollen wir mal wieder den Status ändern. Der passt ja wirklich gar nicht mehr. Trauriger Smiley. Mann, ich hatte echt schlechte Laune letzte Woche. Na gut, das passt denn. Eigentlich bin ich doch ganz gut drauf. Machen wir doch einfach mal einen Smiley hin. Und ein Herz vielleicht noch. Herz kommt immer gut. So, und vielleicht schreibe ich noch was hin wie Just be happy. Das passt total zu meiner Stimmung. Und jetzt noch eine Story. Ich muss die Leute ja am Laufen halten, was ich so treibe. Hey Leute. Na, was geht? Was macht ihr so in der Weihnachtszeit? Also ich mach das Übliche. Erstmal jetzt einen Kaffee trinken. Dann Plätzchen backen natürlich. Und noch einen Weihnachtsspaziergang. Das muss doch einfach sein. Herzig. Ach, schade, dass man hier nicht live gehen kann. Das muss wirklich noch geändert werden in WhatsApp. Der WhatsApp-Verabscheuer. Was machst du da? Ich muss nur noch kurz eine Nachricht schreiben auf WhatsApp. Bei WhatsApp? Das ist doch total kacke. Hast du das nicht selber? Äh, ja, aber ich hab das nur, weil ich die Nachrichten in der Arbeitsgruppe mitbekommen muss. Also da muss man wirklich vorsichtig sein bei WhatsApp. Was benutzt ihr denn dann sonst? Telegram. Telegram, ich sag's dir. Wie viele benutzen das noch, außer dir? Ja, noch nicht so viele. Aber die kommen schon alle noch, wenn sie merken, was WhatsApp nämlich mit den Daten macht. Wenn du wissst, die hören dir die ganze Zeit zu. Die wissen, was du machst, mit wem du befreundet bist, wie du drauf bist. Weil du Sex hast, weil du auf Klo gehst. Am besten löscht du's direkt jetzt. Weißt du, ich kann's auch einfach für dich machen. Jetzt aber spinnst du? Oh, beruhig dich. Der, der 20 Nachrichten für einen Satz schreibt. Hi. Senden. Wie geht's? Senden. Ich wollte mal senden. Fragen. Senden. Was bei dir senden momentan so los ist? Senden. Wie könnte ich das vergessen? Fragezeichen. Senden. Ich bin heute. Senden. Noch erreichbar. Senden. Deswegen. Senden. Könnten wir uns. Vielleicht. Senden. Oh, vielleicht falsch geschrieben. Senden. Ja, noch sehe. Senden. Sag mir. Senden. Bitte Bescheid senden, falls du noch Zeit senden hast. Senden. Ich senden würde mich freuen. Senden. Ansonsten senden. Bis bald. Senden. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. Hier steht jetzt, seid ihr schon alle weggerannt. It's over and out, Leute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dem Zuschauer. Das kann ich nicht sagen. Jetzt reiß dich mal jetzt zusammen, Werner. Dann kriegst du meine Augen. Naja, aber bevor es jetzt völlig vorbei ist, kommen wie immer ein paar Shoutouts. Jo. Als erstes gehen Shoutouts raus an Julia, Sophie. Ganz liebe Grüße. Hast du dich jetzt angesetzt? Nein. Boah, ey. Das verletzt mich hier. Ich habe einen stechenden Schmerz. Au. Ja, jetzt besser. Dann gehen Grüße raus an Maureen Goert. Auch an dich ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Und ersetzt erst gehen Grüße raus an Ben Muković. Auch an dich ganz liebe Grüße. Ja, ganz liebe Grüße. So, und wenn ihr das nächste Mal gegrüßt werden wollt, dann kommentiert unter diesem Video mit dem Hashtag Team Leo und Stefan ist zusammen an Bord und dann seid ihr das nächste Mal mit in der Auswahl am Start. Woo. Das war schnell. Das war schnell. Und jetzt habt einen wunderschönen Sonntag. Ja. Und einen schönen Advent. Ähm, vergesst nicht, euch um die Weihnachtsgeschenke zu kümmern. Um unsere zum Beispiel. Wir haben ein Postfach. Die Adresse steht unten. Und wir mögen Schokolade. In der Infobacht vegane Schokolade. Vegan, ja. Also das eskaliert ihr gerade völlig. Wir müssen jetzt aufhören. Okay, ciao. Okay, gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.